So, heute machen wir mal einen extremen Test mit der Taschenlampe und zwar werde ich die gleich hier im Schnee einbuddeln, dann eine halbe Stunde drinnen lassen und dann wieder rausholen und dann gucken wir mal, ob sie noch funktioniert. So, und jetzt buddeln wir die Taschenlampe. Ich helfe mir, Outdoor-Spanner. So, jetzt lassen wir sie eine halbe Stunde ruhen und dann gucken wir mal, ob sie noch funktioniert. So, hier unterliegt jetzt die Taschenlampe, hier ist das Benzel, wo ich die dann nachher rausziehen werde und dann mal sehen, ob sie noch funktioniert, weil der Eis ist kälte. So, eingefrorene Äpfel am Apfelbaum hängen hier noch. Das nenne ich mal Winter. So, die halbe Stunde oder drei, vier Stunde ist jetzt um und ich ziehe jetzt mal die Taschenlampe aus dem Eisfach. Schnee hat sich angesammelt, ziemlich viel, testen wir mal, ob sie funktioniert und sie läuft, sie geht. Also auch solche Minustemperaturen hält die Lampe aus. Dann bis zum nächsten Video.